da unten ist es ich habe mir nämlich doch erst einmal das zeug dass die energie wieder hoch geht ja was ist ich verarschen das sind schon mal zwei häuser drei vier anscheinend wo er nicht essen die dose steht auf der knarre was ist das ein limo herrgott himmelarsch ich glaube es nicht nur die sechs die wenn wir uns jetzt ganz gewollt nicht reinpfeffern so kommi drei von acht und jetzt geht es natürlich wieder gewaltig nach oben das ist schön das gefällt mir sind wir für das erste gerettet jahra so jetzt nehmen wir wieder die 1 mit der dose oben drauf ich finde es super voll der geile pack leck mich am arsch leck mich doch das waren ja sechs sieben mann das ist das denn Wie kommt man da rein, verdammt? Ah! Ja, verpiss dich! Haha! Mädchen! Ha! Ich mach mich mal vom Mager. Hahaha! Ja, mit einem Schuss, ey! Du Hurensau! Hahaha! Was soll ein Wichser, ey? Der hat natürlich die geilere Knarre gehabt, der Wichser. Aber das ist das, was ich gesagt habe. Die kleine Knarre, die bringen nichts. Die kannst du vergessen. Da ist das Fähnchen da außen. Hahahaha! Hahahaha, die Rücksabschlosse. Hahahaha. Ist das hart. Danke, die Tasche klau ich dir. Feuerzeug, danke. Der hat noch mehr Holz. Noch mehr Holz. Und wahrscheinlich noch mehr Holz. Der hatte praktisch die selbe Idee wie ich. Nur ich habe ihn gesehen. Hahahaha. Egal. Was abgeschossen ist, ist abgeschossen. Der Rest ist mir wurscht. Hahahaha. Ein Baum fällt in den Kopf von hinten. Hahahaha. 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 Gott, wie mies ist das denn? Alter, leckt die Welt am Arsch. Hahahaha. Hahahaha. Daher war das aber ganz lustig. Hahahaha. So, also wie gesagt, wir klauen ihm einfach das ganze Zeug, was er da hat. So, rennen wir sofort hin und klauen ihm wieder die Axt. Oh, Holzbräder nehme ich mit, danke. So, jetzt gucken wir noch einmal schnell. Boah, Alter. Ich bin wieder in der Safe Zone. Ah, scheiße. Hahahaha. Ich habe das Wort, du Hurensohnsekt. Hahahaha. 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 Ich habe das Wort, du Hurensohnsekt. Hahahaha. Ich bin mal gespannt, ob ich von dem eine Nachricht kriege ich auf Youtube. Ah, das ist mir wurscht, die können sich aufrechnen und aufpissen, wie sie wollen. Das interessiert mich den Scheiß. Das ist ein Spiel und, äh, ja mein Gott, das ist so. Der kann sich, äh, von mir aus aufrechnen und aufpissen, wie er will. Das interessiert auch gar keine Sau. Ja, mein Gott, äh, der lässt mich jetzt bestimmt nicht mehr in Ruhe. Ja, das machst du echt toll. Ich glaube, der mag mich nicht. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Jetzt wollte ich gucken. 24 Ball, leck mich am Arsch, ey. Das ist sofort. Äh, der Kerl hat auch echt irgendwelche Probleme, oder? Bloß, weil ich nur am Baum abgeschossen habe, ja mein Gott. Kann nicht immer alles nach Planlaufe, Junge. So. Improvisierter Rucksack. Nehme ich gern. Ah, ey. Fick dich, du Sack, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Jetzt weiß es wenigstens, wo der Scheiß ist. Wer kommt denn auf? Du willst mich wohl verarschen? Also, wie soll der mich gesehen haben jetzt? Kannst du mir das mal verraten, ey? Ey, das ist ja wohl ein schlechtes Scherz, oder? Ey, das ist ja wohl der schlechteste Witz aller Zeiten, oder? Ey. Das war doch der schlechteste Scherz jetzt aller Zeiten. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ey, Samo. Ah, da ist schon wieder. Natürlich, wo noch sonst? Das Arschloch ist bestimmt auch nicht da, weiß ich. Also, das ist echt eine Lachplatte. Ja, Wahnsinn. Ich hau sie alle mit der Axt um. Das machen wir jetzt. Der nächste, wo kommt, den hauen wir mit der Axt um. Den werde ich mal durch die Rübe spalten. Ist das ein Selbstgebautes, oder? Nein, das ist eine Scheune, die nehmen wir mit. Hast du was für mich? Denk nicht drauf. Geil! Nee, du Schlampe. Scheiße, verdammt. Geil, immer Zeit zum Ausrauben hier. Baus, ihr Schlampen. Oh, geil. Dreier-Trupp, mit dem lege ich mich jetzt so. Du Hure, du! Wo ist die Nummer 3? Hey, du Schlampe! Mach doch! Mach ihn! Den packe ich, den packe ich. Nein! Scheiße, fuck! Peck mich am Arsch! Drei Stück habe ich erwischt! Und die nächste Knarre. Ach, da ohne rennt einer. Warte gleich, komm gleich. Ich brauche nur schnelle Waffe. Irgendwas. Wenn ich ruhig dich mit dem Messer ums morse, ist mir scheißegal. Oh, ich leuchte dich, ich blende dich. Oh, ne, ist ja irgendwo krank. Oh nein, nicht schon wieder ein Messerkampf. Oh, ne, der hatte knapp. So eine Scheiße, hä? Fuck! 91 Meter. Ha, geil, das wiederhole mal gleich. Komm her, du Luder! Ich bin noch nie fertig mit dir. Boah, voll getroffen! Scheiße! Ey, komm, schick mich doch noch mal hier. Ich will Runde drei, verdammt. Wo ich keine Sau gebrauchen kann. Okay, ich stehe her. Komm zurück, gefeige Sau! Okay, ich stehe her. Ich drehe deinen Arsch. Komm zurück, gefeige Sau! Ey, ich renne dir so lange hinein, bis ich dich kriege. Gehste! Ey, wenn ich mit dir über die ganze Karte renne, ist es mir scheißegal. Du gehst ja her. Gehste! Bleib stehen, du blöder Hund! Ich sehe das nicht. Stell dich, du feiger Hund! Ich würde dich aufhören, aber ich muss wirklich meine Karte finden, mit meiner Rucksack. Also, wenn du stecken hier, so ich kann das machen, dann können wir eine Karte aufhören. Karte, das ist nacht. Run, Baby, run! Ey, du blöder Affe-Arsch! Das ist doch unglaublich, oder? So eine feige Sau! Oh Gott, ey, es gibt nur Kampon in dem Spiel, ey. Nein, Mann! Hallo!